Die Abkürzung F steht für folgend. Ihr Plural wird durch Verdopplung gebildet und als FF geschrieben. Die Abkürzungen stehen meist nach einer Seitenzahl, Jahreszahl, in juristischen Texten auch nach der Angabe eines Paragrafen bzw. Artikels. Sie bedeuten, dass sich der Autor auf mehrere unmittelbar aufeinanderfolgende Seiten, Paragrafen oder Jahre bezieht beispielsweise beim Nachweis eines Zitats. Dabei entspricht die Angabe Seite 40 F. Exakt der Angabe Seite 40 und 1 und 40 oder Seite 40 bis 1 und 40 bezieht sich also auf genau zwei Seiten. Die Angabe Seite 40 FF bedeutet dasselbe wie Seite 40 und mindestens die Seiten 1 und 40 und 2 und 40, eventuell noch weitere darauf folgende Seiten. Bezieht sich also insgesamt auf mindestens drei Seiten, während in älteren wissenschaftlichen Publikationen in den Z.T. geringere Ansprüche an die Exaktheit von Nachweisen gestellt wurden, die Angabe mittels FF üblich war, wird von ihrem Gebrauch U.R. In geisteswissenschaftlichen Arbeiten heute meist abgeraten. Stattdessen wird in der Regel empfohlen, eine exakte Erstreckung von Seiten, Paragrafen, Daten etc. anzugeben, statt VGL S139FF, also zum Beispiel VGL S139 bis 145. Laut Duden steht zwischen Zahl und F bzw. FF ein Leerzeichen und nach den Abkürzungen jeweils ein Punkt. In der Buchtypographie wird dafür traditionell ein schmales Leerzeichen verwendet. In der elektronischen Textverarbeitung ist ein geschütztes Leerzeichen zu setzen, das den Zeilenumbruch an dieser ungeeigneten Stelle unterbindet. In der wissenschaftlichen Praxis, in der Quellenangaben mittels F häufig vorkommen, findet man die Verwendung von F und FF, auch ohne Leerzeichen und ohne Abkürzungspunkt. Für die weitverbreitete Annahme FF, stehe für fortfolgende, lassen sich keine sprachwissenschaftlichen Belege finden. Eine Verdopplung des Endbuchstabens, um den Plural des abgekürzten Wortes anzudeuten, ist durchaus üblich. Andere Beispiele sind JGG, für Re, Jahrgänge, MSS, für Re, Manuskripte, Set, für Re, etc., für Paragraphen oder SQQ, für Re, Sequenzier.